Dies ist ein Hörerlebnis von Jumbo Neue Medien und Verlag GmbH. Die dünne Frau blieb mitten im Laden stehen, fummelte einen Zettel aus ihrer Handtasche und starrte auf das Papier. Brauchen Sie Hilfe oder möchten Sie sich erst einmal umsehen? Hilfe! Nun hob die Frau den Kopf und blickte Tante Abigail an. In ihren Augen lag ein seltsamer Glanz, als hätte sie Fieber. Ich brauche Hilfe! Was suchen Sie denn? Bananen? Zitronen? Schau doch mal! Dankeschön! Die Frau blinzelte irritiert und sah zu Violet. Was hast du gesagt? Nichts! Das war Lady Madonna, unser Wellensittich! Violet zeigte auf dem Käfig über der Kasse. Bitteschön! Der Blick der Fremden wanderte kurz zu dem Vogel, dann flog er wieder zurück zu Violet und von dort zu Abigail. Ihre Tochter? Für einen winzigen Moment hältte sich ihr Gesicht auf. Das sieht man sofort! Meine Nichte! Ach so, Entschuldigung! Mach doch nichts! Es war nicht das erste Mal, dass jemand Violet für Tante Abigails Tochter hielt. Sie sahen sich ja auch total ähnlich. Sie hatten die gleichen wilden, orange-roten Locken und unzählige Sommersprossen auf der Nase, den Wangen und der Stirn. Sogar auf den Armen, im Nacken und auf den Zehen. Die Frau starrte jetzt wieder auf ihren Zettel. Dann sagte sie, Pimp-per-nell. Pimp-per-nell? Was waren das denn für Blumen? Violet blickte hilfesuchend zu Tante Abigail und bemerkte etwas sehr Erstaunliches. Der Körper ihrer Tante schien plötzlich zu wachsen. Ihre Schultern strafften sich, ihr Kopf reckte sich in die Höhe und ihr Gesicht wirkte gleichzeitig wachsam, gespannt und verschlossen. Oh, Violet, warum gehst du nicht schon mal nach oben und setzt den Kessel auf? Aber Violet wollte jetzt nicht nach oben gehen. Sie wollte lieber wissen, warum die beiden so geheimnisvoll taten und was Pimp-per-nell bedeutete. Ich warte gerne. Wir können doch gleich zusammen hochgehen. Geh nach oben, Violet. In Tante Abigails hellgrünen Augen lag ein seltsames Glitzern. Achtung, Hochspannung bedeutete das. Ich geh ja schon. Bye, bye. Blöder Vogel.